Das hier. Wir müssen weiter. Nein, wir müssen aber nach oben. So, wie es alles zieht. Ja, macht sie. Oh, ein Nilschuss. Side-Loop. Oh, Junge. 3, 2, 1, let's go. Oh, Robocop. Wird er zu Klumpi schossen? Mach Hete. Mach Hete wird das Regeln. Das wird sich einfach wissen. Hat immer eine Lösung, wie ihn töten kann. Wird er mit vor. War Bergarbeiter. auch bei der ich habe auch ein bergrand schlägt bei mir doch kommen ja beim bau war Das ist wieder gut. Oh wie ein grosses Sprung von so einer Räder. Oh nein! fahr den Fahrstuhl, es fehlt sich für keinen Zustände den Fahrstuhl zu betätigen ich weiß nicht, wie das funktioniert da war doch, ah jetzt, hu, hui hau dir das ab, wie geht's gar nicht ah, ich hab's dötig schon ja, das kommt davon was ist los Arnie oh, da war ja noch einer haja da hat andere Bomben, weil sie löst, würde ich sagen da unten ist einer am Käfig, ich hab ihn gesehen auch da ist der Roboter gleich abgehoben und ich bin tot wo bin ich denn, mh, jungen lustig doch da unten ist andere noch teken nicht als Flasche ja, oh ja, ich mag ein bisschen ja, ich mag ein bisschen wo ach so ja, schlafen wir beide mal 3, 2, 1 go, go, go aber wenn ich aber nicht von Anfang der Flasche wird stoppen ja oh, was soll ich mit Beitschen Urlaub, Mensch Beitschen Urlaub ja, der ist so schön huch alle tot ja, ja das war voll frei Marete geht's hoch hoch hoch, was ist denn jetzt los da bewegt sie nicht die bewegt sie nicht die bewegt sie nicht warte, ich fahr drinnen ich wohne nicht drinnen jetzt bin ich drinnen uch, jetzt flieg ich weg ich will mit dem Aufzug fahren hat er den Robo gewonnen ich bin ja auch nicht so dick wieso geht alles unter mir kaputt hoch ich muss ein bisschen abrund die Beine holen wer muss da meinem Schock hoch jetzt ist mein ja, da da Roboter fliegt 10.000 mal durch die Luft ihr wisst nicht was er tut ich weiß es schon auch tötet den Teufel weg ist er ich habe extra viele Worte, Daniel wir nehmen wieder ein neues Sprung in der Hubschrung wir haben die Hubschrung wir haben die Hubschrung eigentlich haben wir es nicht geschafft wir sind ja alle tot ich bin nicht da meinetwegen wir das Level abgeschlossen haben naja die Technik, wenn die Technik mitspielt dann ist es vorbei ach Dator Pro Koffer versagt 3,2,1 GO 3,2,1 GO hoch wo bin ich denn? ach ja, ich bin Mr. T mh Junge was ist da los? ein ein trick wow, gucke doch der trick uch jetzt wird es eng hier boah das war auch zu langsam forest hoch mh wird er tot die neis die geht sofort hoch wenn es nur berührst so wirklich sind also noch? denke dran ja ja, den SPRING eh wieder ran oder ich hab Nein! Ja heilig, feinig hier sofort. Das war die Tür halt auch nicht hin. Wollte ich aber nicht. Feinig, feinig hier sofort, ich wollte nur die Le... Mann. Oh ne. Wie geht's denn? Ja, bin ich tot. Da geht's doch die Leiter los, wo ich hoch will. Ah, hier wittert die Leiter. Das heißt Leiter, oder? Alles die Leiterplatten. Das ist da wittert. Ich komm mit doch nicht rum. Ich wohne nicht. Bruce Willis kann weiter springen als alle anderen. Das ist aber so als Hinweis, mit L1 gedrückt halt die Kamera rein. Was machst du jetzt, Markus? Jetzt machst du einen fliehen Holländer dort. Ja. Hab ich nicht. Was ist mit der L1? Wenn der L1 gedrückt jetzt, die Grenze bisschen schneller kommt. Oh. Boah, ich hab's geschafft, Junge. Ich bin tot. Ich bin tot. Mhm, unter mir ist alles eingekracht. Ja, normal hättest du's eigentlich geschafft. Mhm. Da muss man schnell sind. Oh, jetzt. Jetzt. BA. Boah, Junge. BA. Wie der das macht, Junge. Als hättet er das schon mal gemacht. Ach so. Was ist dauernd? Oh, jaja. Das ist wie beim Staffel Lauf ue, weißt du? Da war einer um Karl. Ich hab mich getötet. Da kam einer aus. Oh, fack, Mann. Ich weiß, wer hier steht. Ich weiß jetzt, wer hier steht. Ach so. Da klappt mich der Terroristron selbst. Was ist denn das? Ach so. Ja. Oh, was machst du jetzt, Markus? Das bin ich nicht, das ist Daniel. Achso, ne, das wird eh nischt. Juhu! Das ist ne blöde Stelle. Was gehackt denn da so rum hier? 3, 2, 1! Ups. Ne, was? Wenigstens hat's auch noch aufgeschafft. Und jetzt? Jetzt post der auf nur ne Runde. Scheiße. Aber man muss gern zeigen und dann... Ja, und dann der Freitod. Wo bin... Achso, ich sterbe immer. Töte ihn! Nein! Da lässt du sich von solch Hinterbädler töten. Wo bin ich denn? Ach, ich bin immer der Erste hier. Ich bin schon wieder tot. Zu früh. Das Beat war gut, aber zu früh habe ich es. Na, was denn nun? Jetzt lass ich mich Zeit hier. Player 1, das bin ich so... Ich schaffe das nur nicht durch den Anlauf. Los! Spring! Feier! Lauf! Spring! Ja, bei ihr wird er 5 Meter... Wahrheit ist meiner nicht. Drogen! Nein! Na wartet mal! Spring uns zusammen los! Na, der kann sich keiner an Absprachen halten, jo! Ja! Und ich war vorne zu klippen, oder? Ja! Und! Buh! Was? Aha! Alle tot! Alle tot! Ich bin jetzt nicht so schwer. Ja! Ja, das ist ja so schwer. Ja! 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 Da hat er einen Bremseversamm! Achso, der schießt mit der Dicke zu glump! Mmm... der nächste? Oh! Junge! Hmm... der stürzt da wieder darin! Das kanns nicht jedem! Aber wenigstens einmal! Oh! Junge... Ja! Könnte ich nicht... Was? Bamboo?! Rambo, wie gesagt, der ja ziel ist. Oh, Vitaminspritze oder was ja. Anapolica Boy ist das. Die Rückgabe von Anapolica Boy. Ist eigentlich der pinke Ranger von Power Rangers. Ach ja, das ist, glaube ich, das mit den Luftschlägen. Kann ich nur, es geht nicht.